Herzlich willkommen in der neuen WS News, ihr stellt euch die Hector vor, ihr seht, hey, vier Typen vorne, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, und wir gucken uns mal das Sets genau an, ja, ihr seht genau, ein Kreuzer, ihr kennt das ja von den Franzosen natürlich, aber hier haben wir ein Buntenstadt-Schiff, sag mal hier Bunten, ein Commonwealth kann man sagen, das hat zusätzlich noch sein, ist ja ein Schiff von Buntenstaaten, ja, also die dazu gibt es schon lange im Spiel, ich glaube, es war, glaube ich, die Haider gibt es da drin, die Plymouths und glaube ich, die anderen Schiffen auch, also die Buntenstaaten ist, so ein, kann man sagen, ein Forschungszweig, was Lambs und Vergessenheit dreht, aber wir natürlich, wir haben einen Team nur in Präum, ich weiß schon, Präum und Kreuzer, denn die Präum und DD schon sagt, aber es ist ein Kreuzer, wie gesagt, vier Typen vorne, irgendwo kennt man das ja von den Franzosen, ich glaube, Colbert ist das Ding, aber ich bin hier, wir gucken uns mal an, was die Hector unter Haube hat und die Bewaffnung, BÄM, die Hector hat hier 35.000, äh, ja, 35, äh, nicht 35, 34, 34, 34.400 Lehm, Ha, Zugbrecher gerade, ich habe mich gerade, so, Panzungswert 16mm, ja, ist so nett, wir haben diesmal bei dem Schlachtschiff, hatten wir keine Brandschweinigkeit, hier haben wir 30 Sekunden Brandschweinigkeit und einen Torpedoschutz von vier, also, wer, wer den Schiemenkasten, guten Tag wünscht, ist das Ding über die Hälfte eh schon futsch. Naja, deswegen hat sie immer 233 mm Bordgeschütz, das ist, uh, 133, relativ kleines, stimmt, der, ähm, Suburlenz hat auch, äh, hat auch relativ, glaube, 130 mm Kanone, durch, ich weiß nicht, wie der Skill, wie der Skill heißt, ja, also, wenn man, glaube ich, den Skill, maximal bis 140, glaube ich, das ist, glaube ich, der High Damage, was ihr machen könnt, bei 140, wenn, wenn du über 140 bist, glaube ich, da gibt es irgendwie, glaube ich, ein paar Malus, glaube ich, aber hier haben wir 133, hier kann man das Skill, ich weiß gar nicht, wie das, wie der Skill heißt, ich glaube, das habe ich nur auf Suburlenz drauf, ich glaube, ihr wisst, was, welches Skill ihr meint, aber hier könnt ihr das hier skillen, glaube ich, bis 140 ist das Maximum, aber, was, was über 140 ist, dann, äh, kriegt ihr, glaube ich, mal Lust drauf, ich bin aber nicht sicher, ich weiß gar nicht, wie der Skill heißt, wir haben eine Feuerreichweite von 15,6, äh, also Stufe 9, mh, das ist wenig, sehr, sehr wenig, kommen drauf an, wie hoch der Schusspunkt ist, so, einer High Damage zu mir bei 1.900, Deckschlussschlagkraft 22, uh, okay, Trägerzünder, könnt ihr komplett, äh, komplett vergessen, also, Trägerzünder, ne, 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 also, hier könnt ihr wirklich den, High Damage, richtig pushen, High Pushen, hier, hier Sprengmeister-Skillen, also, das Sprengmeister, also, tue ich eigentlich gar nicht mehr Skill, weil die 1%, also, durch Flankenkurve, könnt ihr, glaube ich, auf 3, 3% hochgehen, also, das ist, also, ich bin, leider, ich bin hier dazu gespeichert, also, der alte Sprengmeister würde mehr ratieren, als der, der neue, kann man sagen, mit den 1%, wow, naja, wir haben eine, äh, Fluggeschwindigkeit von 792 m pro Sekunde, uh, das ist, das ist, glaube ich, der ist ein hoher Schussbogen, eine maximale ARP, der müssen wir bei 2.000, 2.550, genauso schnell wie die, äh, HE, Veload, 6,7 Sekunden, uh, das ist relativ schnell, also, wenn man das Veload-Modul noch einbaut, konnte, konnte man, glaube, mh, 5.4, glaube ich, ungefähr, würde ich mal sagen, oder, oder, 5.5, oder, 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 4.3, also, 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 die kommt relativ gut, angenehme Schuss, äh, Schuss, äh, Schussfolge, 180 Grad drehen wir so bei 9 Sekunden, das ist übelst schnell, Streuwert von 140 Metern, Sigmawert von 2.05, uh, okay, das ist ja fast ein Sniper, uh, uh, okay, wir haben hier, oh, wir haben hier Wasserbomben, haben wir auch noch dabei, ist das Wasserbomben oder Fliegerbomben, äh, die auch, okay, das heißt, Tiefladung, uh, okay, alles klar, also, eigentlich, kann man sagen, Wasserbomben sind das, okay, Wasserbomben machen hier 5.000 Schaden, wir haben 2 Aufladungen, 8 können wir abschmeißen, das ist schon mal relativ viel, 8 ist sehr viel, und eine Option Veload von 40 Sekunden, wir haben 4x4, what, 4x4 Torpedos, oh, was ist das bitte von Kreuze, bitte, oh, Maximal von Damage von 1.667 Damage, doch so gut, Reichweite 10 Kilometer, das ist ordentlich, 62 Kilometer schnell, ist, wie wir sagen, Mittelwert, Veload, äh, klappt eine Minute, fast über Minute, ist, wie wir sagen, ganz okay, herzliche Werte, brauche ich uns nicht weiter angucken, so, wie wir im Flugabwehr, wir haben, ist der Flugabwehr, ist auch, ja, 6 Kilometer, brauche ich auch nicht drauf eingehen, was, was hat das Ding unter die Haube, 34 Kilometer, wir sagen, ganz, wir sagen, durchschnittliche Werte, Ruder, kopierte Schiffsdrehung, sobald, äh, ich, ich rede, die, die 10 Kilometer, die 10 Kilometer, quetschen, recht, dazu klappt 700 Meter, 700 Meter, ähm, 700 Meter haben wir, kopierte Schiffsdrehung, Ruder, Stellzeit von 9 Sekunden, das ist sehr schnell, wow, Tarnwert, what, für 10,5 Kilometer, und das auf Stufe 9, das ist ja, what, Boah, okay. Das ist ja hammergeil. 10,5 Tarnwert. Jo, ihr habt eine Schussreichweite von 15,6. Ich hab 5, 5,1 Kilometer Toleranz. Hohohoho. Ja, ne, ist klar. Wenn man Tarnungsmeister und das Tarnungsmodul reinklatscht. Boah. Kommt hier richtig auf verdammt geiler Wert. Okay, das. Okay, Hector wird ein geiler Kreuz. Also Kreuz. Das ist schon mal das ist ein Wow-Moment. Also das ist das. Bei den Schlagschiffen, was ich euch gesagt habe, das findet mir das Wow-Moment. Hammergeil, aber das ist ein richtig geiler Wert. Also, wie gesagt, das ist ein Test-Schiff. Die Werte werden eh ein bisschen geändert noch, aber das ist so, dass das Schiff mich gerade ein bisschen geflascht hat. Also, Tarnwert von 10,5 und das kannst du runterdrosseln noch. Hohoho. Ey, das ist ein bisschen fast beinahe ein Zerstörer, beinahe. Hohohoho. Also, da träumen die Japaner noch davon noch. Ich glaube, die Niederländer haben, glaube ich, relativ gute Kutsime. Ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, was der 9 oder 10 hat. Aber die haben auch relativ guten Tarnwert. Aber das Ding haut ja richtig aus dem Boden, ey. Hohoho. Tarnwert, okay. Wir haben Kutsime von Flugzeugen, 7,4 Kilometer. Wenn wir an Nebel sitzen, haben wir 4,6 Kilometer. Da sind wir offen, wenn wir in Nebel sitzen, okay. Wir haben die Dämpfisch-Krupp-Party, Repertur-Party dabei. Wir haben Hüte oder Defter dabei. Und natürlich haben wir den Kuh, den Schnepp-Nebel, was wir haben. Was die Kummelwerf auch haben. Ihr habt einen komischen Nebel. Ist so ein Nebel, ich glaube, ein Viertel Kraft und zählt hier mit. Und 19 Sekunden, knapp eine Minute habt ihr das. Also Nebel geht hier, knapp eine Minute Nebel. Und der Nebel-Kudon geht bei 10 Sekunden, läuft das runter. Range Attraction, ich glaube, was der, gerade der, der Dings ist, der Nebelradius, sind bei 450 Metern. Und der Reload haben wir für, wenn wir das Ding aktivieren, wir bei 160 Minuten, haben wir cool. Und wir haben drei Auflautungen, wenn wir es links skillen, hier Expekteur, haben wir vier. Also Hector, hammergeil, wenn man das Bild hier, wenn man das hier gerade hier weg nimmt. Also Viegel-Schütze, ich glaube, wenn die Frontal zu dir kommen, alle Viegel-Schütze ratzen. Dazu noch relativ, weil wir noch den Vielo drunter klatschen, und noch den High-Dämpfisch-Krupp-Puschen können, durch ihren besonderen Skill noch. Hector wird einen DD-Killer hochziehen, aber hallo. Nachteil hier, weil wir relativ langsam, ähm, ähm, langsam und Kanaten haben, haben einen relativ hohen Schussbruch. Aber dafür, wird der Vietamit wieder, wieder ausgeglichen, weil wir da zusätzlich noch Torpedos auf 10 Kilometer haben. Also wir können teilweise, wir können auch die Torpedos, auch safe abschmeißen auch. Weil die, die, ähm, kommen wir, die, die Bundstaaten ja, haben auch Torpedos, immer so einzelner Torpedos-Abwürfe, haben die ja auch, ja. Also, Hector, ist ein Schiff, was mich extrem freut. Aber ich, ich denke mal so, eventuell, wir haben ja schon relativ, wir haben den langsam, die 10. Monat. Es könnte eventuell Dezember, oder er Neujahr, es wird, er ist rauskommen, das Schiff. Wie gesagt, das Schiff ist, wir haben es jetzt angekündigt. Aber ich denke mal so, eventuell, glaube ich, dort ein zusätzlich paar Monate, Ende des Jahres, könnt ihr wahrscheinlich hier, die CCs bekommen. Und ich denke mal so, ungefähr, ein Neujahr, um Dreh, könnte wahrscheinlich das Schiff kommen. Man kommt darauf an, wie schnell, Wargaming, dass die Schiffe rausgeschnallen, ja. Beide fängt das eh das Weihnachtsgeschäft an, ich denke mal, die wollen auch ein bisschen, das Weihnachtsgeschäft auch noch ein bisschen, mit Präumenschiffen auch noch zu ballern, was was geht. Aber, das Schiff wird schon mal richtig geil werden. Das war jetzt von euer, das war jetzt mal von Hector, wie gesagt, der Link von Dev, von DevBlock, packe ich ohne Videobeschreibung rein. Wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen hoch, und euer Meinung zu diesem Schiff, wie ihr es findet, also ich bin ja auf diesem Schiff mal richtig gehypt, ich bin gespannt, wie das Ding wird. Also, hammergeile Schiffe, also wirklich ein geiler, äh, Kreuz, was, was richtig interessant ist. Was, ein bisschen gehypt ist, also das, das ist, das ist für ein Schiff, was mir wirklich ein bisschen, wie, wie richtig geflasht, also das wirklich, wow, wow, Moment. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auch einen schönen Abend und wenn ihr euch verlasst, Daumen hoch oben, wir sehen uns das nächste Mal und haut rein, tschüss.